ja hallo hier sind wir wieder im abend rot es ist gerade leicht dunkel geworden ja wollen wir denn jetzt raus fahren an die flur machen dann schlafen das mit einem tag oder willst du einfach die nacht durcharbeiten nee das haben wir doch letztes mal schon gemacht ich würde auch ganz schnell was essen warte ja im lagerfeuer ist noch was ja das ist nicht so toll ist jetzt egal habe ich habe vergessen das war die neben zwei locks mit und dann geht es jetzt geht es los eine füge machen und dann kennen wir ich freue mich an richtig voll auf unser ja das weiß ich auch nicht hier ja dann muss ich halt darüber alle der wind nah bei mir ist kein wind aber mit einer fuhr kriege ich meine verdammte plattform zustande das ist hart das ist wirklich hart kapitän geht es weiter oder wollen wir noch nicht früher machen ich dachte nur ich habe vergessen was wir hier auch im bett haben dann speichern wir mal er halt erst speichern und sehr gut auf zurück guten morgen guten morgen schatz so jetzt habe ich was gegessen und jetzt habe ich wieder hunger jetzt hätte ich das eigentlich auch auf den grill lassen können und das essen können egal danke was denn ich habe keine ahnung was ich tue ich habe keine ahnung was ich tue ich drücke alle tasten ich drücke alle tasten warte jetzt lass mal lass mal lass einfach mal ich gehe ich mal da ran wo ist das hin ich gehe jetzt hier an dieses ding so guck so geht das hä wieso bist du direkt dort du musst einfach unter wasser und an das ruder gehen dann dreht es automatisch wieder um das zahl ja habe ich ja ich hatte ja das ruder in der hand und ich bin unter wasser geschwommen dann gut bei mir backst ja bei mir schwimmst immer noch jetzt nicht mehr ich frage mich ob solche loks irgendwann mal verschwinden wenn man wenn man da so fünf ich glaube nicht warum schlafen nee warum ich überlege gerade ob ich jetzt was essen und trinken soll weil es doch relativ niedrig ist hallo ah scheiß drauf ich trinke jetzt und es was so ja trinken will ich auch was ich kann auch mal eine flasche voll machen das wäre auch mal mega das mache ich jetzt mal machen nur einmal voll schau mal wie viel dann ob das 50 prozent sind oder warte inventory 100 prozent also einmal ist 100 prozent hä aber aus der wasserflasche kann man doch dann ziemlich oft trinken eigentlich naja das soll mal einer verstehen naja gut dann drink ich krieg das jetzt an equipment ich glaube einfach das auswählen oder ja genau und jetzt ich bin voll einsatzbereit dann es wäre vielleicht so eine große fähre mit so fünf lockholdern drauf ich finde ich ganz gut schon ne aber naja ja bis mal die große jetzt gebaut haben das dauert halt auch wieder ewig ja eben du baust ja schon dafür dass du dann warum höre ich mich jetzt schon wieder so hallen manchmal höre ich mich in dem spiel so doppelt voll komisch naja bräuchte es ja auch wieder so viel loks und scheiße zu bauen weißt du naja ich glaube 48 oder noch mehr bräuchte oder 45 war das für das kleine boot man wieso kann ich jetzt nichts äh wie baut man das ähm was kommen wir da rüber gefahren komm aber schon mit vielleicht kann man das nur da hinten machen warte ich fahr da einfach mal quer durch kannst du denn da jetzt was bauen nein doch jetzt habe ich einmal bauen können ja gut dann baust du halt so einfach vom floß aus jetzt ja wenn ich da wieder hochkomme jetzt geht's wieder nicht jetzt geht's warte dann bleib einfach so stehen ach so wo du es ab äh ja wo du es beendet hast damit ja ok cool ne jetzt haben wir da ganze holzdinger reingeschmissen aber du siehst einfach noch gar nichts ne das ist alles noch unter wasser boah ich geh mal durch die Ecke echt traurig man sieht kein Fortschritt alter das ist ein bisschen buggy ne das floß das bock da noch ne ich weiß nicht findest du das ist realistisch wenn wir da so fahren dass die ganze so umkippen will weil auf der einen seite mehr gewicht ist ja das ist schon realistisch aber nicht dass der so ganz halt so rumleckt naja mach ma's halt so bleibt uns nix anderes übrig ich hau dich wieder aua ach man macht erst den rahmen wie es ausschaut ja das ist ja foundation fundament eigentlich foundation mhm alter da 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 daJ das eigentlich unser Holzfrau ist jetzt eigentlich fast schon wieder leer ne es ist doch zumụ Ja, die Bäume sind nachgewachsen, süß. Ja, ich siehs grad. Alter. Alter, aber ordentlich. Ach, eine Nacht ist halt kein kompletter Baum da. Ach, ich dachte es geht bis langsam. Ja, ich dachte so, alle langsam. Ich dachte alle Bäume gleichzeitig langsam, ja genau. Aber anscheinend das, was du abgeholzt hast, wird pro Nacht so ein bisschen... Ach, da hinten haben wir noch welche. Haben wir so viel abgeholzt, man sieht eigentlich nichts bei uns im Fortschritt. Nein, gar nicht. Das ist echt traurig. Oh, das ist leer. Aber dafür geht es um so schneller, wenn wir das Fundament haben. Oh, nicht so weit, halt schon. Gehen weiter. Nimm noch zwei Dinger mit, Mann. Achso. Na gut, jetzt müssen wir nicht mehr so weit fahren, dann. Hm, Bäume. Boah, stell mir vor, wir machen da die Wand hier. Oh Gott. Ah, ah. Ich glaub, da brauchen wir erstmal wieder ne Pause, als wenn wir dieses Fundament haben. Dann müssen wir wieder was anderes machen. Ja, das, das wär ne Idee, ja. Oh Gott. Ah. Boah. War lieber mal nicht rein, sonst katapultiert's uns irgendwie wieder. Sieht man was? Gar nichts. Wahrscheinlich schmeichelt es ja einfach die ganze Zeit ins Wasser. 59 Locks nur noch, das hört sich gar nicht mehr so viel an. Naja, genau. Ja, vielleicht geht das, vielleicht geht das dann. Gute Hälfte haben wir ja schon, das ist... Eigentlich geht das, wenn man doch so ein bisschen Vorrat macht, geht das relativ schnell. Ja gut, man macht halt... Alter, guck mal nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, Alter. Ah, ja, ich wollte jetzt noch mal unterhalb vom Baum hingucken, ob da ne Höhle oder so ist. Aber du hast ja gesagt, du hast ja schon mal nachgeschaut. Ja, schon. Wann war's da unten? Dachte ich zumindest. Also wir zusammen waren nicht unten. Vielleicht waren es ja nicht wir zwei. Du bedrückst mich. Toll, jetzt kann ich natürlich, na egal. Der wuchst. Das ist die letzten, die letzten machen wir schnell. Ach, ja, 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 ja. Ich finde immer wieder der Blick für unsere Fans so voll, die ist schon geil, ne? Also die haben wir schon geil errichtet, ne? Ja, die ist richtig geil. Haben wir so ein schön Stückchen Sicherheit haben wir uns schon gemacht. Ja, ich fühl mich echt sicher. Ja, ich auch. Seitdem wir die Wand haben, fühl ich mich echt sicher. Da bleib ich auch mal in der Nacht ein bisschen wach. So. Gut, denn jetzt heißt es eigentlich wieder, ja. Ja. Boah, mir fällt. Ich glaube, mehr werden wir die Folge fast auch nicht machen, ne? Also, ja, so unsere Wand hier. Du hast auch ein Stück, weißt du kannst dich auch ein bisschen nach draußen bewegen, weißt du? Du hast auch so einen Vorgarten, der auch sicher ist. Ja, das gefällt mir schon, was wir so angestellt haben, ne? Ja, mir auch. Mit zwei Toren und so, oder ein Tor und eine Tür. Steht da grad? Ist da einer gestanden? Hallo? War da einer? Nein? Okay. Also, wieso hab ich denn schon wieder Hunger? Warte ich erstmal schon, die Bären. Die Bären sind weg. Willst du mich verarschen. Ich fäll erstmal die Bäume hier in der Nähe. Was denn die Haltung haben wir gesagt? Von Phasen ist ein ganz kleines Gehege. Inventory. Pass auf. Ich weiß ja nicht, dass mit den Bäumen... Es ist... Es war jetzt... Ich kann mich nicht so ganz einfreunden mit den Bäumen. Dass sie hier so einfach nachwachsen, dass sie wieder dastehen. Flup. Weil es ist auch ein geiles Gefühl, finde ich, wenn du einfach da raus gehst und siehst, eine freie Wiese hier, so eine Free... Ja, klar. Und dann denkst du, oh, das hab alles ich weggeholzt und da fühlst dich auch ein bisschen sicherer, finde ich. Ja, klar. Aber ich glaube, für das Bauprojekt... Komm, das machen wir jetzt. Ja, für ein Baumprojekt schon. Ja, Baumprojekt schon. Baumprojekt, Entschuldigung. Nein, du hast die ganzen Bäume fest. Gern geschehen. Wo ist jetzt dieser Lok hin? Ha, Gott, zack, Alter. Scheiß Ausdauer. Ach, da ist er. Wo ist eigentlich mein Schlitten? Ach, da hinten. Ja, genau, der ist leer. Ist der schon voll, oder was? Warte, ich tu deinen mal mit aufladen. Ach, wir haben hier ne Hasenfalle? Ja, wir sind schon ziemlich weit mitten abholzeln. Kann ich denn, da ist überhaupt kein... Da ist ne Hase drin? Ich fasse es einfach nicht. Nein. Boah. Upsauf. Dann mach du mal meinen Wagen voll, ich nehme mal den Hasen und bringe den mal ins Zimbuktuland. Ah, ich bin doch nicht blöd, da war doch grad noch ne Hase drin. Du bist blöd. Du bist blöd. Alter, Bullshit, man. Ich hab grad nen Hasen da gesehen. Ich hab Videobeweis. Das schau ich mir dann an. Was ist denn das für ein Bullshit, Alter? Hä? Deswegen muss das Relo unterleihen. Ah. Nein. Ist mein Wagen voll, der? Voll, voll? Nee, noch nicht. Oh Mann. Aber ich hab keine Loks mehr gefunden. Ja, ja. Leg mich. Ich hab dich auch lieb. Hättest du ja eins fällen können, oder? Oh, kein Ausdauer, ich bin die ganze Zeit gesprintet, Depp. Ich hab schon wieder... Ach, ich hab immer noch ne... Wurst. Ich hab noch bisschen Bäume fällen. So. Ah, die eine Achse ist schon besser fürs Holz fällen, ne? Also da paar Schläge ist der Baum weg. Dann nimmst du die andere Achse, ja? Ja, ich benutze die Holzfäller-Achse. Die was? Die Axe? Ja, ich glaub schon, ja. Nein, jetzt greifen die schon wieder an. Oder was? Laufen wieder weg? Komm schon. Bleib einfach weg. Wir können jetzt zählen, jetzt haben wir... Nein, ich greife mich an. Äh? Jetzt haben wir 22, ne? Oh, 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 oh. Alter, chill, chill mal eure Leber. Gut. Die Bitch ist weg. Jetzt kommt noch der Ehemann. Ihr habt euch für den Falschen angelegt. Gut durch. Gut den Eingeborenen. Leg dir mal zwei Leichen hin. Ich hab immer noch keine Rüstung, ne? Null. Na, ich hab halb. Also, die Knochen darfst du dir dann nehmen. Musst du das Feuer anmachen. Komm, ich wollte dir das Fundament wenigstens hier von ihm fertig schaffen. Warte, ich muss mich mal wieder schnell baden. Bin wieder in Blut gecovert. Ich bekomme aber nie mit, dass du dein Blut abwischst. Äh, da ist einer in so'n Ding drin. Dann mach ihn tot. Ich baue mir grad ne Rüstung. Er ist tot. Ist okay. Ich hab auch noch nie mein Blut abwaschen müssen, eigentlich ehrlich gesagt. Bei mir steht immer, äh, ja, tu dich waschen, sonst bekommst du eine Infektion. Also, du nimmst die Rost, die Echsen her, zum Baum fällen. Ja. Das geht irgendwie, hab ich so das Gefühl, dass es schneller geht. Okay, dann probier ich das auch mal aus. Und du noch ne Fuhre und ich warte auf die Knochen hier. Ja, ich glaub es geht wirklich ein bisschen schneller. Oh, es regnet jetzt sehr schön. Oh, es regnet jetzt sehr schön. Auch wenn uns so'n Ding eigentlich noch voll sind, na. Bane. Hä? So, nochmal ein paar Knochen hier. Da, 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 da. Ja, ich will die nicht anmachen, ich will... Ja, so. So, ich glaube, jetzt ist noch 6, ne? 7, perfekt. So, jetzt bin ich direkt bei der Hälfte. Fast. Jetzt haben wir 22, glaube ich, ne? Ich glaube, ich schaffe nur die Folge nicht mehr. Ja, ne, wird knapp. Ach, halt. Äh, was? Hä, wieso bist du... Ich hänge an so'n Baumstamm noch. Am See könnten wir ein paar Bäume lassen, oder? Wolltest du? Was? Am See wolltest du mal Bäume lassen, ne? Wie am... Achso, am See, ja. So am gleichen Teich. Finde ich, sieht vielleicht ganz cool aus. So liegen die hier so komisch rum, naja. Oh, der ist jetzt richtig lang zu schniffen. Oh, der ist jetzt richtig lang zu schniffen. Bitte bleibt er liegen. Okay. Okay. So, zurück mit mir. Und ich bleib natürlich wieder beim Baumstamm hängen. Was denn sonst? Na. Beim Baumstamm stumpf besser gesagt. Gut, das muss ich doch mal was essen, das ist mein Magen komplett, ne? Ja. Bevor der wieder Markenkrämpfe bekommt. Weißt du, wie wir's machen könnten? Du fährst die ganze Zeit hin und her mit dem Schlitten und ich hol's einfach hier mal. Ne Zeitel. Mach mal. Aber ich muss mal ganz kurz was essen. Weil ich hab grad volle Energie. Volle Energie. Nee, ich hab irgendwie keine Energie. Ja, ich bin so glücklich, dass die Exe sich nicht abnutzen und irgendwann mal kaputt gehen. Ja, das stimmt. Gott sei Dank. Ich frag mich, wozu eigentlich dann die selbstgemachte Axt gut ist. Weil die ist aus Stein, sag ich mal, und... Ah ja. Ja, die ist ein bisschen nütz, aber... Weil fürs Baumfällen werden wir die wahrscheinlich nicht brauchen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hab keine Ahnung. Fürs Kämpfen braucht man's wahrscheinlich auch nicht. Ja, es ist halt da, ne? Wow. Das ist halt da. Jetzt halt verstanden, wenn man gleich am Anfang keine Axt hätte gehabt hat. Das stimmt, ja. Ja, wenn ich gehofft müsste, dann würde ich es verstehen, aber so... ...nix kapieren. Wäre eigentlich auch geil gewesen. Zumal, aber ich glaub das wäre... ...sehr anstrengend gewesen dann. Ja klar, erstmal ein Stick suchen und dann Stein... ...ja gut. So, ich fäll hier diesen Baum noch und dann komm ich zu dir. Ich hab mal Hasen. Sehr schön. Lebendig oder tot? Lebendig. Sind wir schon bei den ganzen Fallen jetzt bei dir? Ja, da können wir ja mal die ganzen Büsche hier niederhacken, damit wir nicht immer einen Stick vorrat haben. Können wir machen, ja. Nein, eine Nacht zum Baum für 30 Jahre alt. Oh, Alter, wie viel hast du da umgemessen sind? Ich dachte mir schon, so vorm Hügel, tut mir ganz gemütlich da, ohne was zu sagen. Ich mach mir mal wieder ein paar Häschen, weil ich da grad so einen sehe. Ja genau, jetzt nehm ich... Du kleiner Sack. So, hab'n Hasen gekillt. Das wollte ich auch grad machen. Ging den Baum... ...stuft gelaufen. Wo ist der hin? Ach, natürlich passt da nichts mehr drauf. Na gut, dann nicht. Er ist... ...direkt weggehoppelt. Nur weil ich meinen Baum ausgerüstet habe. Ist der direkt weggehoppelt. Schade, schade eigentlich. Nee, er hat's gern zu. Oh nein. Ah ja, ich glaub wir müssen langsam mal unsere Folge beenden. Jetzt schon. Ich will aber noch nicht. Ja, wird mir jetzt... ...twitschen. Könnt man ja fragen, ob man noch weiter machen soll. Ach, ich bin schon in der falschen Taste. ... ... ... Schon geiler Blick, so. Der Sonneuntergang. ...irgendwas baut. Und eine ganze Zeit so... ...Holzfeld, Holzfeld. Ja klar, das wird halt wahrscheinlich vielleicht... ...langweilig dann, ja. Es werden halt vielleicht so ein bisschen... ...einschläfern. Gut, zum Einschlafen wär's halt geil. Ja, darum spielen wir auch mal nachts. Das passt doch. So, bist du dann... ...bist du dann... ...I'm coming, I'm coming. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Nein, I'm coming for the locks. Es wird schon wieder dunkel. Ja, ich merk's. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich abholzen soll hier. Ich muss erstmal dein... ...äh, Ding mal voll... ...laden, ja. Wieso hab ich das jetzt wieder losgelassen? Nicht, dass die Eingeborenen unsere Baumstimme stillen. Ja, genau. Und dann bauen wir da... ...hamburg und... ...greifen uns da. Das wär irgendwie genial. Findest du? Nee, nicht, aber ich wär's... ...ich wär's lustig von... Alter. Was macht mein Ding eigentlich da unten? Habe ich das da unten hingekommen? Kann man. Naja. Eigentlich, wenn ich jetzt mein voll mach, hätten wir eigentlich alle 50 Dinger, ne? Alter. Es wird wieder Regen. Ja, jetzt... ...auf einmal regnet's die ganze Zeit, jetzt... ...wann alles voll ist. Jetzt, wo man's theoretisch nicht mehr bräuchte. Naja, wirst. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Okay. Oh, ein T-Shirt-Contest. Das können wir ja mal ausprobieren, ha? Hm. Hallo, tu's jetzt da. Was ist mit dir? Nimm halt. Oh, es ist so ganz schön dunkel. Ich hab so ein bisschen Angst jetzt, ne? Ich muss mich wirklich beeigen. Oh, ich mach mal das Tor zu, ne? Ja, ja, leg mich. Bye-bye. Glaubst du, wir sollten bei uns am Tor, vor unserem Tor vielleicht auch irgendwie, äh... ...licht machen, dass man wissen, wo das Tor ist? Ja, das geht gar nicht nur so schlecht. Magst du denn so eine kleine Lampe? Magst du denn so eine Schädenlampe? Wolltest du so eine hängende? Ja, ne, hängende geht ja gar nicht, oder? Weil wir ja kein Dach haben. Katastrophe. Oder, oder kann man das? Warte, ich probier's mal ganz kurz aus. Warte, ich probier's mal ganz kurz aus. Mal, wenn ich grad am Erfrieren bin. Wo sind die Fire... Ah, Standing Fire. Ah, Standing Fire. Ah, verbiss dich. Ist dich grad nichts. Mir war's mit Folge beendend. Sailing? Warte, ich probier's mal ganz kurz, ob man denn da draußen was hängen hängen kann. Ne, sieht nicht so aus. Ah, okay. Dann mach' wir zu. Ne, man braucht da extra ein Dach oder sowas. Dann gehen wir schlafen und dann... Uah. Ja, genau. Ja, genau. Ja, gut. Dann... Ach so, schlafen kann man noch nicht. Aber speichern wenigstens. Ja, speichern. Und dann, ähm... Folgen wir hin? Doch, ich kann schlafen. Na, egal. Ah, jetzt kann ich auch schlafen. Das war wirklich nur anscheinend nur eine Millisekunde. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Genau, würde ich auch sagen. Also dann... Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.